Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim und ich. Haben natürlich die falsche Tür geschlossen, ja. Die falsche Tür geschlossen. Nein, äh, wir sind wieder dabei, jede Menge Leichen auf ihrer Habseligkeiten zu untersuchen. Oh, das war ein Fehler. Das Metall muss zurück. Auch die Drachen schuppen, sollte ich mal wegräumen. So, wo war das? Das fällt mir auch jetzt auch nicht unbedingt. Den Korb brauche ich auch nicht. Da. Zack. Weg damit. Gut. Die sind einfach nur so schwer. Aber egal, wir sind dabei. Noch immer hier so ein bisschen was auszuräumen. Und dann zu gucken, was passiert. Ich müsste eigentlich mal gucken, was meine Werte machen. Okay, komisch. Denn eigentlich müsste ich mal so langsam Hunger bekommen. Aber das bekomme ich scheinbar nicht. Hm. Zwergischer Metallbarn. Cool. Beschädigte Bücher brauche ich jetzt nicht so unbedingt. So. Wo muss ich hin? Ach ja, ich muss... Ich musste hier... Ich meine, ich musste hier oben den Schlüssel suchen. Die Frage ist, habe ich den Schlüssel gefunden oder nicht. Na? Kann nur mit einem Schlüssel geöffnet werden. Ja. Die scheiß Frage ist... Wo ist dieser Schlüssel? Da oben war ich schon. Dann bin ich auch schon entlang gegangen. Also muss er... Hier irgendwo sein. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Ich möchte mich jetzt auch nicht hinsetzen. Hat die... Die hat den Schlüssel nicht dabei. Noch ein paar Ohren dabei. Aber nein. Und nein. Und nein. Okay, also müsste der Schlüssel irgendwo hier sein. Nein, nein. Nein, nein. Nein. Stuttmetall. Bisschen Golds. Bisschen Golds. Der hatte den auch nicht. Und der hatte... Das Ding jetzt auch nicht unbedingt. So. Hm. Naja. Ich könnte ja nicht offensichtlicher sein, ne? Das ist, ähm... Zu... Inoffensichtlich. Was ich da gerade getan habe. Und man kann natürlich auch nicht darüber springen. Wieso auch? Gucken wir den mal so lange auf den Arsch. Wie wir laufen. Der kann auch schön langsam laufen. Der kann auch schnell laufen. Naja. Naja. Schlüssel. Aufgeschlossen. Ich würde sagen, speichern. Haha. Zack. So, und weiter geht's. Wir müssen uns doch ein bisschen beeilen. Wir sind doch fast da. Was hat der denn noch so alles dabei? Ein bisschen Gold. Farmer's Shield. G-Gavros? Seid ihr das? Ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Lasst mich die Tür öffnen. Was zum... Wer seid ihr? Wo ist Davros? Was tut ihr hier? Was habt ihr mit Davros gemacht? Es waren die Falmer, nicht wahr? Verflucht sollen sie sein. Sie haben alles ruiniert. Wenn Gavros fort ist, gibt es keine Hoffnung mehr. Er hätte eigentlich mit dem Kristall zurückkommen sollen. Ohne ihn war unsere ganze Arbeit umsonst. Und ihr auch. Wenn ihr hier nach Schätzen, Weisheit oder Ähnlichem sucht, habt ihr leider eure Zeit vergeudet. Beim ersten Mal hat es nicht funktioniert. Ich wollte es Gavros erklären, aber er wollte nicht auf mich hören. Nein, es wird nicht zu kalt, sagte er nur. Aber natürlich hatte ich am Ende recht. Als wir hier eintrafen, war alles ganz falsch eingestellt. Verformt durch die Kälte. Gavros musste alles nach Sirodiel zurückschaffen. Hat den Rest von uns einfach hier zurückgelassen, um die verdammten Falmer abzuwehren. Okay. Es war eine wirklich brillante Idee. Natürlich stammt sie hauptsächlich von mir. Auch wenn Gavros den ganzen Ruhm dafür eingeheimst hat. Ist aber geheim. Amtliche Synoden-Angelegenheiten. Können nicht darüber reden. Ich bin in amtlichen Angelegenheiten des Hohen Rates der Synode hier. Mehr müsst ihr nicht wissen. Außerdem könnte ich euch dasselbe fragen, wo ihr doch ganz allein an einem gefährlichen Ort wie diesem unterwegs seid. Ach ja? Leider kann ich euch damit nicht helfen. Ich brauche den Kristall, bevor ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich habe ihn nun mal nicht. Ja. Ich weiß ja nicht, welche Arthilfe ihr von mir erwartet. Aber wenn ihr den Kristall tatsächlich findet, ist euch mein Dank gewiss. Finde den Fokus-Kristall. Okay. Also gut. Warten mal. Oh. Okay. Also muss der Kristall in der Nähe sein. Das ist doch schon mal schön. Okay. Ach doch, den habe ich ja... Ja, stimmt. Daran kann ich mich erinnern. Ja, okay. Jetzt habe ich halt den Fokus-Kristall. Hier baue ich wahrscheinlich wieder... Nein. Die Tür kann ich aber öffnen. Himmelsrand. Nein, nach Himmelsrand möchte ich nicht. Da. Hm, 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 hm. Da. Bitte sagt mir, dass ihr den... Ha, hm. In der Tat. Ich hatte schon beinahe den Verdacht, dass Gavron wegging und starr, nur um mich zu ärgern. Bei all den Fallmann, die hier herumschleichen, kann ich allein leider nichts erreichen. Ihr werdet wohl mit mir kommen müssen. Ich erkläre euch alles unterwegs. Was immer Gavros auch gesagt haben mag, ich hatte die Idee zuerst. Der Rat wird nach meiner Rückkehr davon erfahren. Okay. Der hat hier etwas vergessen, würde ich sagen. Es war meine Idee, dieses, äh, dieses Oko, äh, Ukola zu verwenden. Ich weiß nicht, blöd, wie die Zwerge... Ich würde sagen... Es ist unaussprechlich, so viel steht fest. Aufgrund unserer Nachforschungen glauben wir, dass sie darauf auswarten. Nein. Die Natur des... Nein. ...Lichten zu entschlüsseln. Ihre gesamte Maschinerie war mit dem Ziel erschaffen worden, das Sternenlicht zu sammeln, um es dann... Hier bin ich mir nicht ganz sicher. Um es irgendwie zu spalten? Es war meine Idee, eines der Hauptelemente durch unseren Fokuskristall zu ersetzen. Dazu musste ich über viele Monate unzählige Verzauberungen anwenden. Wollen wir nur hoffen, dass diesmal alles stimmt. Okay, ich hab keine Ahnung, was der hier machen möchte. Aber... Es klingt irgendwie plan... ...mässig. Gut. Dann lauf mal schön. Ich werde dich, glaub ich, sowieso bald töten. Hier, wundervoll, nicht wahr? Es war eine Heidenarbeit, das wieder zum Laufen zu bringen. Ich hoffe, die Plackerei zahlt sich noch aus. Leg den Kristall in die Vorrichtung in der Mitte. Dann können wir den Vorgang zur Fokussierung einleiten. Okay. Wie soll ich das Ukular denn jetzt einfügen? Ah. So, ich sollte abhauen. Ihr braucht etwas. Ah, da oben. Okay. Komm raus hier. Ja, Skyrim hat schon manchmal ein paar Rätsel. Und jede Menge Bücher. Zaubertrank Phosphis. Zaubertrank Flammen. Okay. Die brauche ich vielleicht nicht. Okay. Was ist denn jetzt los? Ah. Warte mal. Warte mal. Nein. Nein, das war eindeutig zu weit. Also. Der muss scheinbar... Kann ich hier oben noch was machen? Nein. Gut. Oder schlecht. Jetzt würde ich das Ding ja aktivieren können. Zack. Nee. Hm. Muss das Ding vielleicht da stehen wie da unten? Aber wir haben ja nicht alle... Ich habe keine Ahnung so recht, was ich tun soll. Hm. Gut. Oder schlecht. Ich würde sagen... Ich muss... Eins, zwei, drei... Und die so einstellen wie die hier. Warte mal. Das ist der erste Ring. Das ist der zweite Ring. Gibt's mehrere Ringe. Mal. Das ist der erste und das muss der zweite sein. Dann ist der dritte hier. Gut. Und der dritte müsste noch einen weiter. Ah. Komm raus hier. So. Ich glaube, das war zu weit. Mal. Nein. Das ist der zweite. Das ist der erste, oder? Boah. Ich habe gerade wirklich... Keine richtige Ahnung. Der muss auf jeden Fall weiter nach hier. Zack. Noch einen. Dahin. So. Jetzt muss der. Dahin. Würde ich sagen. Und... Der äußere. Wo ist der? Ah. Der ist gerade zu weit. Hm. 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 Warte mal. Die stehen jetzt alle gleich. Aber... Irgendwie auch nicht. Gut. Jetzt stehen die wieder unterschiedlich. Ich glaube, der muss... So wie der da stehen. Das bedeutet, der muss noch einen weiter. Ja. Zack. So. Der steht da. Der steht da. Steht der etwa richtig? Ja. Und der steht hier. Okay. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, was ich hier machen könnte. Muss ich großartig sagen. Hallo? Der muss einen weiter. Warte mal. Der mittlere muss vielleicht noch einen weiter. Oh. Ihr seht natürlich die falsche Richtung. Super. Zack. Nochmal. Da hin. So der muss. Ah, der geht jetzt natürlich in die andere Richtung. Natürlich. Noch weiter. Noch weiter. Noch weiter. Komm schon. Komm schon. Äh, der hängt jetzt falsch. Das war also gerade schon richtig. Hm. Hm, was soll ich denn jetzt hier genau machen? Also der muss hier stehen. Der steht hier vollkommen richtig. Der steht hier jetzt ein zu weit. Der hier vorne steht. Oder da steht... Der letzte ist hier. Der steht auf jeden Fall ein zu weit. Denn der müsste eigentlich... Aber die kann man gar nicht dahin stellen. Ich müsste die nach den kleinen ausrichten. Glaube ich. So, warte mal. Der kleine, der erste kleine ist... Äh... Der erste kleine ist da. Dann habe ich... Ist das wirklich der erste kleine? Nein, das sind... Die beiden sind auf der gleichen Richtung. Und der ist auf der äußeren. Oder müssen die einfach nur hier in einer Reihe stehen? Oder nach den Lichtstrahlen geordnet sein? Boah, ich habe keine Ahnung. Aber... Hey. Vielleicht... Es steht ja hier drin, fast drin. Ähm... Betriebssinsicht... Dienern. 500 Jahre wurde bereits erwähnt. Besitzer, Angehörigen... ...des Täters überlassen. Man getötet, wenn jemand Arbeit... Nein, man... ...dürfen... Äh... Von 30 Tagen erhalten seine Teile... ...au... ...mag... ...währen... ...und genau diese schlechten... ...töten... ...getötet... ...teils, weil es... Gut, hier steht es nicht drinnen. Geschichte und Kultur. Kapitel 1. Äh... Nein. Nein. Den Autor bin ich bekannt. Nein. Zeichen. Sehr beliebt. Nein. Wenn in dieser Geschichte als Fabel-Fantasiewesen dargestellt... ... ganz so viel... ...exzentrisch... ...chef nicht gefährliches Annehmen. Nein. Sind aufs Mauren vertrieben. Schöpfung, die anderen Rasten... Ich habe... ...keine Ahnung. Ein unsympathisches Volk, ja. Hm. Ich würde sagen... ...wir hören hier mal kurz auf. Und... ...äh... ...wir sehen uns dann gleich in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Gut. Vielen Dank.